Lauft nach rechts. Ah, jetzt habt ihr Pech. Jetzt seid ihr meine Sklaven und sterbt. Hallo, kann auch nichts dafür, dass ich der Klügere und Stärkere bin. Oh Gott, ich habe mir vor, dass wir so eine, wie heißen die, Pegida hören. Die würden vollends ausrasten. So, dann machen wir schon mal zwei Zäune hier weg. Zack, zack. Dann holen wir uns jetzt ein Weizen. Und machen den Step. Ah, das ist ein Schild, habe ich auch vergessen, aber das kann ich jetzt bauen hier. Ich habe nämlich zum Glück Holz dabei. Ne, habe ich nicht. Ich habe es Holz in die Truhe gelegt. Einmal, ne, mit Profis. Gut, dass du mir selber sprichst, oder? Mhm. Hier möchte ich nachher nicht reinfallen, wenn ich Schafe hole. Wäre nicht so cool. Das geht ziemlich weit runter. Wir machen weiter runter. Mhm. 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 rosen wusste gar nicht wusste gar nicht dass es hier welche gibt direkt mal absnacken damit habe ich schon direkt eine idee eine kuh einzige was hier in unserem land zählt wie nennen wir eigentlich unser land einmal schlafen bitte ja in der zeit kenne ich hier eine kuh hallo 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 abgelehnt okay da da lang müssen wir ein hoch auf den kompass ich kann es echt jedem empfehlen alter wie viel freilaufende kühe hier noch sind die lässt ja ich habe mir damals ein kompass gebaut wo ich doch dieses wo ich leben gefahren gefahren alter ja ihr wisst schon alle bescheid wo ich clay farm war da hatte ich angst dass ich nicht mehr zurückkomme und ich finde es auch irgendwie viel geiler als wir diese scheiß koordinaten merken so meine moku und bukus genau meine schäfchen ich baue uns jetzt in der brücke rüber und dann kommt ihr mit ja seid ganz artig das sind keine diamant das ist so zum kotzen ah wir sind level 20 bin ich schon ja hier ist einer kann das sein was das so weit auch nicht ne ach so ja ich bin voll ich wundere mich hier warum das nicht einsammelt ich bin vorher im inventar scheiße kommt mit meine fünf schafe wenn wenigstens nur zwei ankommen wird es mich freuen der zwei kommen auf jeden fall schon mal weiter ich kann das so und kann nicht viel lassen das ist das so und kann das so und kann das auch nicht mehr denn auch nicht mehr wenn du einen da kann ich jetzt schlecht gucken ja wenn ich mit den schafen zurückkommen also erste war 25 minuten diese ständige rückwärts laufen aus fünf sind es nur noch drei vor allem haben wir ein also zwei weise und ein quoten scharf wir nennen zwar quoten scharf jetzt folgt mir auch noch eine kuh das ist gut und noch eine kuh ok aus fünf schafen sind jetzt drei schafe und zwei kühe geworden fairer deal würde ich sagen ok jetzt sind so noch zwei schafe und jetzt ist die frage sie überlebt ihr nicht wenn wir da runter springen so bin ich asozial ich habe unter dem schaf den erdblock weggebaut damit es runter fällt auf einmal sind hier auch in der nähe hühner entstehen die einfach so her so rennen ok aus fünf schafen wurden zwei schafe und zwei kühe das quoten schafes weggeblieben das hat den braten gerochen ok jetzt sind es drei kühe ihr braucht gar nicht mitkommen ihr sterbt okay Um, 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 um. Oh, warum bleibt denn das eine Kackschaft denn jetzt stehen? Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. aber das eine schaffte ich trotzdem gleich noch holen das müsste ja hier vorne irgendwo stehen das schwarze so damit ihr jetzt nicht mit rennt kriegt ihr direkt auf die fresse beinahe hätte ich geschlagen stehst du müsste doch hier irgendwo sein das ist eine kuh da ist es da ist es ja aber jetzt ein weises bestätigen schwert da das ist kacke das darfst du nicht jetzt muss ich erst mal kurz hier kommt es ja es kommt folgt es mir schon wieder eine kuh alter wir kommen nicht sie kommen wir stehen wir gehen erst mal schlafen schnell aber warte da war es nie was passiert da vorne ach komm mal da ist das schwarze schaf du standest wieder mit dem schwert hier ja das zählt schon du musst was du darfst nichts in der hand haben wenigstens eins folgt mir der rest ist mir scheißegal boah tiere fangen das ist immer so ein stress komm mit du willst es doch auch kannst du zu mir kommen hier vorderste kuh und da oben auch glaube ich rechts von dir auf dem rückweg kannst du mal zwei weizen mitbringen können wir sie gleich füttern oder 1 1 habe ich hier oder ein stack können wir da in die truhe legen wäre jetzt zu schlau das zu tun schlau den schlau den schlau den 1 ist schon cool dann musst du noch geil machen jetzt mache ich noch was der mensch aufnahme dann haben wir genug für jetzt so jawohl wir haben werden die noch mal getrennt wird es gefärbt rot da holt er richtig die skills raus ja passt so und mit diesen mega skills beenden wir die aufnahme für heute ja und dann sehen wir uns morgen wieder in einer weiteren folge aus der guten sicht vom tom und ein däumchen werden träumchen bis zum nächsten mal